Blitzschnelle und zuckersüße Reaktion Seit März sind Renata und Valentin Lusin stolze Eltern ihrer Tochter Stella. Was sich seitdem geändert hat? Die Antwort auf David Motgerads Frage bei Ein Promi, ein Joker, kommt blitzschnell. Alles. Eben auch, dass die Kleine bei Interviews und Events wie diesem dabei ist, im Hintergrund natürlich. Doch auch hier macht sie ordentlich auf sich aufmerksam, wie unser Video beweist. Was Valentin und Renata anstellen, um ihre Tochter zu beruhigen, ist herzerwärmend. Renata Lusin Es ist das Schönste auf der Welt, Tochter Stella geht vor. Da muss das Interview eben kurz warten, oder in diesem Fall, durch kleine Gesangseinlagen unterbrochen werden. Als Baby Lusin, während ein Promi ein Joker, nämlich das eine oder andere Mal meckert, sind ihre Eltern sofort mit liebevollen Kinderliedern zur Stelle. Auch, wenn Valentin gerade eigentlich mitten in einer Antwort steckt, wenn Stella einen Laut gibt, schalten die Lusings sofort in den Elternmodus um und steigen kurze Zeit später wieder ins Interview ein, als wäre nichts gewesen. Einfach ein eingespieltes Team. Wie überglücklich und stolz die Let's Dance Profis als Eltern sind, erkennt man aber nicht nur an ihren liebevollen Gesangseinlagen. Renata Lusin Renata Lusin strahlt über beide Ohren, als sie über das Leben mit ihrer Tochter spricht. Es ist das Schönste auf der Welt. Und das sieht man den beiden ohne Zweifel an. Bei welcher, Let's Dance, Frage von David Mocerat sie allerdings nicht antworten wollen und den Joker ziehen, seht ihr oben im Video. Vielen Dank. Vielen Dank.